Oh Mann, meine Frau ist gerade abgehauen, weil ich so frustriert war. Und wisst ihr, was ihr tun müsst gegen den Frust? Ihr legt euch auf die Rasenfläche, streicht über die süßen grünen Helmchen, atmet einmal tief ein und der Frust ist weg. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Hallo, lieber Rasenflicks. Wollt ihr mal einen richtig, richtig, richtig frustrierten Rasenflicks sehen? Frustriert, frustriert. Wollt ihr mal so einen richtig, richtig, richtig frustrierten Rasenflicks sehen? Ich bin so frustriert. Ich wollte nicht lachen. Ich wollte frustriert sein. Richtig frustriert. Mit der Sonne frustriert. Also, mit der Sonne bin ich nicht frustriert. Also, die Sonne frustriert mich nicht. Es scheint seit Wochen die Sonne. Es ist auch schon herrlich warm. Es ist traumhaftes Wetter. Aber es regnet nicht. Es regnet einfach nicht. Es hat seit drei, vier Wochen praktisch nicht mehr gerechnet. Ich habe heute Nacht, heute ist der 26. März, also Freitag, und morgen habe ich noch kein Video. Nächster Frust. Nächster Frust. Kein Video für euch. Nix. Also mache ich jetzt hier so ein Video. Wahrscheinlich ist das... Es lohnt sich überhaupt nicht anzuschauen. Frust. Nicht lächeln, nicht lachen. Frust. Frust. Es ist so schlimm. Shit. Also, wenn ich filme, geht es mir wieder gut. Also, der Rasen, der Rasen, der Rasen, jetzt ist hier Schattenfrust, Schattenfrust ist besser. Ah, Sonne. Der Rasen, der Rasen braucht dringend Wasser. Und ich habe heute Nacht gewässert. Das zweite Mal. Noch nicht schlecht. Fast, ich gucke mal eben. Wahrscheinlich noch nicht mal genug. Also, das waren jetzt gerade mal... Ja, neun Liter pro Quadratmeter. Neun Liter pro Quadratmeter. Das ist noch nicht mal genug. Also, ich muss die Bewässerungsanlage noch ein bisschen verbessern. Ich habe heute Morgen bewässert. Und es war wieder alles gefroren. Die ganzen Halme waren gefroren. Ich kann mal ein paar Bilder einspielen. Die ganzen Halme gefroren. Also, es ist zu kalt nachts zum Bewässern. Ich könnte natürlich auch tagsüber bewässern. Dann muss ich die ganze Programmierung wieder umstellen. Ein Frust. Ein Frust. Shit. Frust. Also, heute ist Frust-Video. Oh Mann. Meine Frau ist gerade abgehauen, weil ich so frustriert war. Wir haben nämlich heute etwas einkaufen wollen. Wir wollen etwas Neues kaufen. Darf ich das erzählen? Weiß ich gar nicht. Die ist ja nicht da. Also, wir haben nach dem neuen Wohnwagen geguckt. Nur Frust. Nur Frust. Also, wir haben, der ist jetzt 23 Jahre alt, unser Wohnwagen. Schöner Wohnwagen. Echt, wir lieben den Wohnwagen. Aber wir werden ja auch nicht immer jünger. Wir wollen ein richtig schönes Bett haben. Und dann haben wir nach dem Wohnwagen geguckt. Ich habe alle Händler durchgeguckt. Da stundenlang recherchiert. Wir fahren heute los. Nichts gefällt. Also, Frust. Ich bin also hier völlig bedient. Ich habe meine Frau abgehauen. Das ist für die Fahrrad gehört. Aber habe ich jetzt mal auf dem Sofa gelegen. Von lauter Frust. Das ist mein Video. Ein Frust-Video. Rasendes Frust. Wohnwagen kaufen ist Frust. Kein Regen. Bewässerung. Pfrieren die ihre Halme ein. Alles Frust. Wahrscheinlich denkt ihr, Mann, hat der einen coolen Rasen. Der ist nicht cool. Ich zeige euch mal ein paar ganz uncoole Stellen. Und ein bisschen weghalten. Warte mal, ich halte mich ein bisschen weg. Wahrscheinlich sieht man es jetzt wieder nicht. Aber Riesenfrust. Ich habe hier ganz fiese braune Stellen. Hier zum Beispiel. Das ist die fieseste braune Stelle. Hier. Hier ist eine richtige, ganz fiese braune Stelle. Ich zeige euch mal jetzt einen fiesen braunen Halm. Einen richtig fiesen braunen Halm. Da. Ja, ein richtig fieser brauner Halm. Ja, das heißt braune Gräser. Höchstwahrscheinlich. Massiver Düngermangel. Massiver Nährstoffmangel. Und ich kann eben noch nicht düngen, weil es nicht geregnet hat. Ich wollte auf den Regen warten. Und jetzt werde ich. Und dann war der Akku alle. Also düngen. Ich werde nicht noch mal lüften, weil lüften ist jetzt auch, nicht mehr notwendig. Ich hatte schon mal gelüftet vor einiger Zeit. Das sieht man auch noch ein bisschen. Also rauf mit dem Dünger. Wässern. Regen wird nicht kommen. Auch nächste Woche wahrscheinlich nicht. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es hier richtig abgeht. Soweit das Frustvideo vom Rasenflick. Wahrscheinlich war es für euch jetzt gar nicht so frustrierend. Aber ich hatte echt schlechte Stimmung. Und dank euch geht es mir wieder viel besser. Dank meiner super Community. Ich glaube, meine Frau kommt gleich wieder. Da muss ich ein bisschen beeilen. Da muss ich mich wieder mit ganz, ganz verfinsterter Mine hier aufs Bett schmeißen. Aufs Sofa schmeißen. Der Boden ist aber jetzt schön weich. Mann, ist der weich hier. Ja, sanden muss ich auch noch mal. Sanden werde ich auch noch mal. Möglichst bald. Ich habe schon überlegt, ob ich direkt nach dem Düngen einmal ein feines Topdressing schon mache. Das wäre keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Das müsst ihr ja mal morgen machen. Also heute düngen, wässern, morgen sanden. Das seht ihr natürlich nicht, weil morgen das Video rauskommt, weil ich ja nichts anderes habe. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das Wetter so bleibt und der Rasen endlich schön wächst und ich wieder diese schöne teppichartige Fläche bekomme. Ihr werdet es hoffentlich sehen, wenn ihr dabei bleibt. Übrigens vielen Dank allen, die mich abonniert haben. Ihr habt dafür gesorgt, gerade in letzter Zeit habe ich wieder viele Abos dazu bekommen. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir doch tatsächlich demnächst und bald die 50.000 Abonnenten erreichen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Echt cool. Ich habe ein Spezialvideo schon vorbereitet, genau dafür, für die 50.000. Und zwar werde ich mal hier, kann ich euch schon verraten, und zwar werde ich zeigen, wie das hier alles begonnen hat. Also bleibt dran. Es wird hoffentlich spannend. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüssi. Ach so, eins kann ich euch noch zeigen. Eins zeige ich euch noch zum Schluss. Ich habe neue Abschlagbälle. Es geht tatsächlich los. Saisonstart. Da bin ich ja mal echt gespannt jetzt. 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 Bis zum nächsten Mal.